Mein Name ist Jens Weidner, ich bin Professor für Kriminologie und Aggressionsforschung und habe ein Therapieprogramm für Gewalttäter entwickelt. Gleichzeitig trainiere ich am Schraner Negotiation Institute Manager, damit sie aggressiver verhandeln und in Drucksituationen bestehen können. Gewalttäter mache ich pazifistischer, aber bei ihnen möchte ich, dass ihr Aggressionspotenzial sich etwas entfaltet. Ich gehe davon aus, dass sie 95 Prozent ihrer beruflichen Konflikte einfühlsam, in gedämpfter Tonlage und unter vier Augen lösen. Aber dann gibt es noch diejenigen, die auf Krawall gebürstet sind und jede Menge Konflikte inszenieren, um Wettbewerbsvorteile zu erzwingen. Und auf genau diese Kollegen und Mitbewerberinnen möchte ich mich heute mit ihnen konzentrieren. Denn ihr erfolgreicher Umgang mit denen macht am Jahresende den Unterschied. Zwischen einem ganz passablen Jahr und einem strahlenden, fetten Erfolg aus. Um das systematisch zu erreichen, brauchen sie eine Strategie. Ich nenne sie die Piperoni-Strategie. Sind sie zu mild, dann werden sie schnell übervorteilt. Sind sie übertrieben scharf, dann verbrennen sie sich und ihre Mitstreiter. Es kommt also auf das richtige Maß an. Und das werde ich Ihnen in dieser Lektion vermitteln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.